Hey Leute, ich bin hier im It's Flower und zwar genauer gesagt im Sede in der Türkei. Ich möchte euch in diesem Video mal das It's Flower vorstellen und ich hoffe es gefällt euch. Ich kann dieses Hotel wirklich nur weiterempfehlen. Schaut euch mal einfach diese Aussicht hier an. Das alles und mehr nach dem Intro. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.